Moin Leute! Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Gaming Reddance und Gaming North. Heute haben wir mich und Alana dabei. Ja genau, wir wollten euch nur eine Info oder sowas sagen. Und wir werden auch hier manchmal Schnitte machen, das aus meiner Sicht und aus Leylas Sicht ist. Heute handelt sich das Video um unseren HRT-Club. Ihr kennt sie bestimmt, wenn ihr Alana schon lange folgt. Die Firewigs. Gestern haben wir uns beschlossen, diesen Club umzubenennen zu Darkwing Circle. So hieß unser alter Club, der blöderweise aufgelöst wurde und wir ihn sehr vermissen. So haben wir uns jetzt zu Darkwing Circle entschieden. Und wir werden euch heute allgemeine Infos sagen. Wie beispielsweise das Club-Outfit, Clubpferd, wann immer um welche Uhrzeit Clubtreffen ist, ob ihr mal kommen könnt und so weiter. Ja genau, wir werden jetzt, also ich muss noch die Rennen vom Einseler machen und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr davon. Ja genau, wir machen Rennen oder Questen und erzählen einfach. Ich glaub, du hast das Rennen schon gemacht, kann das sein? Nee. Aber ja, nicht so lange rumreden. Wir legen dann mal los. Ja, also wie gesagt, wir haben unser Club-Name geändert gestern Abend. Da haben ich und Layla dann überlegt, Club-Name zu ändern, Clubpferd zu ändern und Club-Outfit und so weiter. Wir haben so eine Art, keine Ahnung, 10 Minuten gebraucht oder sowas. Ähm, ja. Ich werde euch jetzt ein Bild einblenden, wo ihr es genauer seht, dass wir wirklich unser Club-Name geändert haben. Und noch unsere WhatsApp-Gruppe, den Namen und sowas. Wochenplan. Und, ja. Ähm. Das Club-Outfit wird jetzt Layla sagen. Und, ja. Wie das aussieht und sowas. Dann legen wir los. Unser Club-Pferd ist der schwarz-weiße Araber, sag ich jetzt mal dazu. Ich weiß jetzt grad den Namen noch nicht auswendig so. Aber ich blende jetzt hier oben ein Bild ein. Unser Club-Outfit ist der schwarz-weiße Sattel. Ähm. Ähm. Das Fantasy-Blaue Taumzeug. Und die, ähm, Anfänger-Gamaschen sozusagen. Die man ganz am Anfang als Anfänger craften kann. Wenn ihr das Level noch nicht dazu habt, ähm, ungefähr zwei bis drei aus unserem Club haben das Level noch nicht dazu. Manche Sachen zu kaufen. Dann nehmt ihr dieses Club-Outfit. Das ist der braune Sattel. Ähm. Das normale Zaumzeug. Und halt die Gamaschen. Das Club-Outfit des Menschen. Ähm. Ist die Tresorjacke. Die gibt's, äh, für... Wie viel ist da? Kannst du 120, oder? Ja, 120. 120 Gems. Ähm. Im Umkleideshop sah ich jetzt mal dazu. Zu kaufen. Und... Ja. Die Hose des Menschen. Ähm. Ist die schwarze Hose. Ich weiß jetzt gerade wieder den Namen nicht, aber ihr seht ja hier das Bild. Und... Wir haben den schwarzen Helm. Den gibt's einfach so, wenn ihr das Spiel halt spielt. Und bald werden wir es vielleicht noch so machen, dass wir vielleicht noch schwarze Flügel machen. Aber das werden wir uns jetzt noch überlegen. Und jetzt ist wieder Alana mit dem Reden dran. Okay. Ähm. Ähm. Ich bin eigentlich fertig mit dem Rennen, aber ich warte gerade auf dich. Und zwar, ähm... Ähm. Wie gesagt, ja, wir haben uns umbenannt, weil unser alter Club vor ein paar Wochen aufgelöst wurde in SSO. Und wir wollten, dass wir in... In... In HT Dark Wings Circle umbenannt wollen, weil wir es als Erinnerung haben möchten. Und wir haben wirklich tolle Zeiten mit dem Dark Wings Circle in SSO. Ja, ähm Wir suchen noch ein paar Mithese Wir haben auf jeden Fall Zwei Gäste Äh, zwei Gäste gefunden Und zwar Lily Runner und Mia Beach Ähm, Grüße geht an euch raus Und ja Ich glaub das war's, oder? Ja, also Wenn jemand vom Darkwood Circle Sprich Saturn Rose ist klein Weil wir mal umgenannt wurden Ähm Das sieht, wir haben euch ganz arg lieb Ja Ja Und Ja Ja, ich glaub wir haben es erläutert Und heute haben wir jetzt nichts zu sagen Also Leute Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend Oder wann auch immer ihr das Video anguckt Und Ciao Leute Ciao 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 Ciao